Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Herzlich willkommen zum neuen Blogartikel. Und heute geht es nicht darum, dir eine weitere Strategie zu zeigen, wie du ja über das Internet neue Interessenten für dein MLM-Business gewinnst, sondern heute geht es um etwas viel, viel Wichtigeres, nämlich darum, wie du mit ganz einfachen Schritten deinen eigenen Weg zum Erfolg, deinen eigenen Weg zum MLM-Rockstar findest, wie du ja für dich neue Leads, neue Interessenten gewinnen kannst. Und ja, ich zeige dir da einfach vier einfache Schritte, wie ich das gemacht habe und wie ich meine Ergebnisse dann dadurch verbessern konnte. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel, viel Spaß beim Lesen. Du findest den Link zum Blogartikel unterhalb des Videos. Einfach draufklicken und ja, noch eine Bitte an dich. Hilf mit, diesen Artikel mit noch mehr Mehrwert zu versehen, indem du einfach in die Kommentarfunktion reinschreibst, welche Marketingmethoden du anwendest, mit welchen Marketingmethoden du erfolgreich bist. Und so hat eben jeder, der diesen Blogartikel liest, am meisten davon. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen, gute Erkenntnisse und alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Macht's gut. Euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.